Musik Mehrere 10.000 Besucher flanierten am Samstag beim diesjährigen Hafenfest am Kai entlang. Und nicht nur die Münsteraner waren unterwegs, sondern auch viele Gäste aus dem Umland. Musik Und auf dem Dortmund-Ems-Kanal schipperten sie die historischen Schiffe. Schwerpunkt in diesem Jahr die Wasseraktivitäten und da konnte auch jeder mitmachen. Musik Vorausgegangen war am Freitag die Eröffnung mit zwölf Fallschirmspringern, die aus mehreren tausend Meter Höhe exakt ins Hafenbecken trafen. Musik Bei unserem Hafenrundgang trafen wir auch auf die schon betagte Jantje aus Nordhorn. Musik Ja, wir sind letzte Woche von Nordhorn ausgebrochen und sind dann Mittwoch und Donnerstag in zwei großen zwölf Stunden Schlägen nach Münster gefahren. Wir liegen hier eigentlich nur um Werbung für die Nordhorn und die Grafschaft Bentheim zu machen. Und wir laden die Leute ein an Bord zu kommen, das Schiff zu besichtigen, sich zu informieren. Musik Es sind hier so viele andere Fahrgastschiffe, da wäre das eine ungesunde Konkurrenz. Und da haben wir beschlossen, wir fahren nicht, wir liegen nur. Ja, nun liegt ja die Jantje schon seit Jahren im Hafen in Nordhorn an der Brücke. Ja. An der Bentheimer Brücke, ne? Nein, die Bentheimer ist es nicht. Nein, es ist die Hemann Brücke. Wir liegen da seit, oder Lingen Naturbrücke. Lingen Naturbrücke. Da liegen die Jantje seit 2010. Richtig, seit 2010. Ja. Und wo kommt jetzt dieses Schiff her? Gebaut worden ist es 1923 in Groningen. Ja. Und war dann im Besitz von verschiedenen holländischen Schifferfamilien. Und ist dann durch eine Spende der Grafschaft der Wirtschaft 2009 von Graf Schipp erworben worden und nach Nordhorn geholt worden. Ja. Alles klar. Ja, dann wünsche ich Ihnen für den heutigen Tag. Sind Sie morgen auch noch hier? Wir sind morgen auch noch hier, ja. Ja. Hier in Münster alles Gute und Schöne. Ja, Dankeschön. Und da dampft sie gerade dahin, die Nixe aus dem Jahr 1939. Schade, wir wären doch so gern mal mitgefahren. Fußball-Party. Ole, ole. Seid ihr dabei? Ja. Neben der Musik auf mehreren Bühnen gab es auch lustige Show-Einlagen für die Kleinsten. Also schauen wir uns hier mal ein wenig um. Klick. Hä? Wir schalten den Fernseher ein. Klick. Hä? Seht ihr das auch? Ja. Voll. Na toll. Kommt vorne. Schuss zum Tor. Mapp, Mapp. Da sieht's ich. Pinke Blutskling. Hä? Ich bin auf Töne. Ja. Ich bin auf Töne. Ja. Ich bin auf Töne. Ich bin auf Töne. Ich bin auf Töne, mein Schiff. Musik 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 Musik